Und das ist Juthas Löffel? Ich hab ihn von seinem Tisch gestohlen. Du musst ihn gut festhalten. Wenn du den Zaubertrank trinkst, dann nimmst du die Gestalt des Königs an. Ich werde mich als Juthas im Dorf lächerlich machen. Dann halten ihn alle für verrückt. Und er wird durch die einzige Person ersetzt, die der Krone würdig ist nicht. Beeil dich! Der schwarze Magier hat gesagt, der Trank wirkt nur bis Sonnenuntergang. Ich will auch König werden! Du blöd, Mann! Idiot! Das ist der Löffel von Ginibeer!